Ich heiße Manuel Hahn, bin im zweiten Lehrjahr als Land- und Baumaschinenmechatroniker bei der Firma Leonhard Weiß. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, da ich sehr viel Interessantes und Neues über neue Maschinen erfahren kann. Bei der ersten Betriebnahme kontrolliere ich zuerst die Maschine, ob alle Funktionen so funktionieren, wie sie sollen. Und danach gucke ich, ob der Fahrer Sonderwünsche hat, zum Beispiel irgendwelche Zusatzscheinwerfer, ob ich da welche anbringen soll oder Zusatztritte, damit man einfach und unkompliziert und vor allem sicher irgendwo auf die Maschine draufkommt. Das dient dann auch zur Sicherheit für den Fahrer oder für den Polier. Wir nehmen auch noch die Zusatzdaten von zum Beispiel Löffeln auf, die Seriennummern, dass man im Schadensfall, zum Beispiel wenn ein Schwenklöffel undicht wird, einen Dichtsatz aufgrund der Seriennummer bestellen kann. Ich trage in meinem Beruf auch eine sehr hohe Verantwortung. Zum Beispiel wenn Maschinen stehen bleiben, kann das sehr hohe Kosten verursachen oder auch menschlichen Schaden hervorrufen. An dem Beruf ist spannend die Hydraulik, Pneumatik und Elektrik zu verstehen und man arbeitet auch öfter im Team, da das schwere große Geräte sind, wo man vielleicht Sachen alleine nicht wegheben kann und das funktioniert sehr gut. Jetzt läuft sie wieder, die Maschine ist einsatzbereit, darauf bin ich stolz.